Mit dem Flash! Mit Centus! Hallo! Wir haben jetzt eine komplett neue Map angefangen. Und darum, weil die DLC jetzt auch vom TOGETHER gibt. Dieses Swines of Giants. War doch richtig so, ne? Ja. Ist auch richtig so als Centus. Ja. Und da dachten wir, einfach eine neue Map anfangen. Normalerweise hätte ich das ja so gemacht, dass wir auf der letzten Map sterben, aber vielleicht würde ich als Singleplayer noch weiter nutzen. Richtig. Die ist ja eigentlich, so im Sinne her, ist sie ja gut. Wir haben eigentlich nicht viel falsch gemacht. Ja. Wir hatten gerade noch paar Anfangsschwierigkeiten am Anfang, aber hat sie alles gelegt. Ja. Weil der erste Server komplett nur Nacht war. Ja. Und was da nichts bringt. Wir brauchen unbedingt auf jeden Fall schon wieder Spinnetze. Hm. Warum? Ja, Schmetterlinge. Ja, stimmt, ja. Schmetterlingsfahren. Okay, dann kümmere ich mich da drum. Aber wir brauchen anfangs erstmal viel Holz. Also wir haben jetzt ja auch Jahreszeiten und wenn wir oben drauf die Maus schieben, dann sehen wir, wie viele Tage wir noch übrig haben bis zum Winter. Ja. Und Winter heißt für uns, wir brauchen Holz und Wärme. Ja, wir schaffen das schon. Ja. Gibt es irgendwelche neue Sachen, die wir köften können? Ja. Und diesmal... Jetzt auch ruhig. Und ich wollte nur gerade sagen, diesmal ist langer Tag nicht eingestellt, zu Anfang. Also langer Sommer. Ja. Was ein bisschen... düster wird gerade. Ja. Für den Anfang schon. Wolltest du sagen, ich... Ich... äh... Habe ich schon wieder vergessen. Echt? Ich habe es wirklich vergessen. Ich wollte eigentlich sagen, ob wir irgendwas neues kräften können. Da war ich den Goliath. Aber ich habe noch nicht... Ich glaube eigentlich nicht. Haben wir irgendwo Flints oder so? Ich habe jetzt schon Hux. So. Ja schön. Du ja, ich nicht. Ach ja. Jetzt müssen wir diese komischen... Ähm... Diese Elektronen... Dinger herstellen. Ja, ein bisschen. Sie haben sich die Rezepte vielleicht verändert. Endothermic-Feier. Da gibt es dann ein neues Feuer. Ja. Hier ist gerade eine Spinne am rumrennen. Äh... Water Ballon. Okay, da unten. Ähm. Mal gucken, was wir noch so alles neu haben. Definitiv. Sch... Sch... Spinnnetze. Äh... Oh, oh. Hier sind auf jeden Fall... Mh... Spinn zum Gangl. Okay. Im Winter müssen wir Eis sammeln und das in die Truhe lagern. Ja, wir haben auch ein Spinnnetz gleich bei uns. Oh, ist doch nice. Gefällt mir. Gefällt mir. Einfach weiterlaufen, dann können sie sich ja nicht so lange attacken. Dir gefällt das aber mir nicht. Doch. Also Spinnen sind jetzt gar nicht so schwer. Oh nein, Regen. Und da ist auch ein neues Feature Regen. Ist total nervig. Weil unsere Sachen dadurch nass werden. Ja. Du hast noch kein... Das nächste oder was? Wir fehlen ihn einfach noch ins Linz. Komm mal lieber gleich nach oben hin zum Lager. Wo ist das eigentlich... Wo ist das eigentlich? Da wo der Kreis auf der Karte ist. Vogel. Ach da. Ja gut. Muss auch wieder ranzoomen. Weil das wieder weg ist. Hier. Äh. Und so. Mann, 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 Mann. Jetzt noch ein paar Blumen sammeln. Ja komm aber gleich, wenn es jetzt dunkel wird. Oh, da hinten sind auf jeden Fall irgendwas, was die Spinne taggt drüben. Okay. Okay. Wie man da so ein Tentakel ist oder so. Weil da liegt ganz viel Heilsalbe rum. Okay. Und die Mods funktionieren vor allem auch noch dafür. Noch? Also wie gesagt, ich habe es nur als Singleplayer ausprobiert und nicht als ähm. Multiplayer. Hallo Spinner. Ja, aber dann wäre schon längst was passiert. Wenn das nicht funktionieren würde. Hätte Spinnen, Jack. Nanananana. Au. Komm her. Komm her. Eine Spinne will ich nur. Ich will nur eine. Dich will ich. Na, wo ist der Blitz eingeschlagen? Bei dir? Ne. Oh, H2O stand da eben bei Raffi. Oh, H2O. Verliest du nicht deine Kräfte bei Wasser? Willst du mal so langsam in die Richtung von mir kommen? Aber ich weiß nicht wie das hier läuft. Ich habe schon zwei Essen für dich. Ja, aber ich weiß nicht wie das hier so läuft. Mhm. Du musst auch mal hierher kommen, ne? Warum? Weil ich in deine Richtung kommen sollte, meinst du? Ja, bei mir steht das gerade auf der Karte. Ich weiß nicht wo du bist. Ach, da unten bist du Eloil. Bei mir warst du auf der Karte oben. Weil ich kann nämlich Feuer machen. Ja, ich renne oben zum Portaille hin. Ich habe schon Feuer bereit zum Kräften. Mach das mal. Wie läuft das eigentlich mit den Maulwürfen? Kann man die auch fangen? Ja. Die kann man auch fangen. Auch mit den Trap? Oder wie läuft das da? Das weiß ich nicht. Kannst dich aber töten. Töten ist besser. Ja, den Regenschirm brauchst du nur wenn es regnet. Den würde ich jetzt nicht anziehen, weil der auch Haltbarkeit verliert. Nö. Okay. Irgendwann verliert der Haltbarkeit. Hä? Irgendwann verliert der Haltbarkeit. Aber nicht. Regenschirm. Trap könnte ich auch schon ein paar herstellen. Okay. Ah ja. Trap's. Was war denn schon so eine Heilsalbe herstellen? LOL. Also so wie man wieder lebt, ne? So eine Ghostly. Kann ich keine Trap's mehr herstellen. Das ist mit einem Panzer hergestellt, LOL. So viel Gras wie ich gerammelt habe. Deswegen. Okay. Boah, wir brauchen unbedingt. Holz. Holz, Holz, Holz. Für was brauchst Holz? Oh, wir tun. Kann ich noch nicht herstellen. Ich habe schon 15 Holz, aber ohne Ding kann ich nichts machen. Brauchen Flint. Ja. Ich brauche jetzt irgendwie eine Waffe auf jeden Fall, wenn ich gleich wieder an die Spinnen ran will oder so in die Nähe. Wir brauchen doch erstmal auch die Science Machine, ne? Ja, ich gehe gleich nach oben hin auf jeden Fall. Willst du mitkommen, oder? Komm, Mittag. Hoppa. Tschüss. 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 Das ist eine Fakka und jetzt wird's Tag. Ist egal. Kann ich ja noch später geworfen. Da oben sind Bären. Oh, 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 oh. Da ist eine Statue aus für Marble. Nice. Ja, hab ich schon gesehen gehabt. Die Blumen, die ringsrum waren, hab ich alle abgenommen. Ach, die gefährlichen Blumen oder was? Ne, das war normale. Okay. Ja. Also wir haben jetzt für's Anfang Startgebiet keine extra Wünsche, ne? Das heißt Flint und sowas ist alles knapp jetzt in der Nähe. Ja, diesmal hat das nicht eingestellt. Ne, warum? Wollte ich nicht, warum du das diesmal nicht gemacht hast. Du hast gesagt, brauchen wir nicht. Default. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt mit der Zeit und so. Ne. Wenn, dann spielen wir komplett anders. Das finde ich jetzt interessant. Wer ist so ein Spender? Lass mal die Wege lang gehen. Boah, die Flint sind so selten gerade, ne? Ja klar. Mann, 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 Mann. Ist das auch mein Dürreland? Ich habe echt immer noch keinen Flint gefunden. Mann, 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 Mann. Ich kann dir wieder die Grasboi... Nein, Grasboi, bleib hier! Grasboi, bleib hier! Die Grasboi ist egal, da kann man Sachen draus bekommen. Ne. Aha. findest du mehr gras mehr gras mehr gras ich hab schon schmetterlinge ich hab schon mal gesagt du sollst nicht mal so viel gras drauf mehr gras und mehr stöckchen ja mann ein jawohl tötes gebiet ich jawohl die geier hat jemand fleisch 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 ja hier liegen steine rum aber kein flint oder was ne merk schon so ein toter riesenbomb ne das ist ein stein meine güte noch ein jawohl da ist nur so ein pech irgendwie da drin du kannst hier ne fackel und feuer bauen oder ja kann ich ich hab ein waschbärhaus gefunden ja und die pilze die ziehen sich ein bei nacht und auch überhaupt ach schon wieder die kabel gut dass sie da oben stecken bleibt ich will euch ernten ernten